Musik Ja erstmal vorfristig herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre an Mehr Demokratie, der 25. Geburtstag. Das heißt 25 Jahre Arbeiten, Engagement für einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, dass die Einführung auch im bundesweiten Volksentscheid ein ganz wichtiges Ziel ist. Denn wir erleben sehr oft, dass Menschen sich zwar zur Wahl für eine Partei entscheiden, aber nicht in allen Einzelfragen immer mit der Partei übereinstimmen. Und insofern ist es ja auch eine Möglichkeit der Selbstermächtigung und gehört, finde ich, zur Vervollkommnung der Demokratie dazu, dass man die Möglichkeit hat, sich in zentralen Fragen eine eigene Meinung zu bilden und das dann auch kundzutun.